Marcel Witeczek ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler polnischer Herkunft. Karriere Marcel Witeczek wurde in Tüchi geboren und spielte in seiner Geburtsstadt auf der Straße Fußball. Im Alter von 13 Jahren wurde er von seinen Freunden überredet, dem örtlichen Fußballclub beizutreten. Doch kurze Zeit später kehrte er mit seinen Eltern aus einem Urlaub in Deutschland nicht zurück. Witeczek, dessen Eltern den Aussiedlerstatus erhielten, begann daraufhin in der C-Jugend des Postsportverein Oberhausen 1931 e.V. mit dem Fußballspielen. Nach eineinhalb Jahren bei Rot-Weiß Oberhausen wechselte er 1985 im Alter von 16 Jahren in die Jugendabteilung von Bayer 05-Würding, die ihn mit einem Ausbildungsvertrag zum Einzelhandelskaufmann ausstatteten. Seine Familie zog in eine Werkswohnung der Bayer AG um, sein Vater erhielt eine neue Anstellung. Von 1986 bis 1991 gehörte er der ersten Mannschaft der Urdinger an, für die er 142 Spiele bestritt und 22 Tore erzielte. Sein Debüt gab er am 8. August 1986 in der 81. Minute für Werner Budgereit eingewechselt beim 2-0 Sieg im Auswärtsspiel gegen den FC 08. Homburg, sein erstes Tor bedeutete am 8. November beim 3-1 Heimsieg über den VfL Bochum auch den Entstand. In seiner ersten Saison kam er zu einem Spiel im DFB-Pokal und drei Spielen im UEFA-Pokal. Nach einem Weltturnier mit der deutschen U20-Nationalmannschaft im Jahr 1987, bei dem er Torschützenkönig wurde, hatte er ein Angebot der Asmanako vorliegen, das er nicht annahm. 1991 wechselte Wittecek zum 1. FC Kaiserslautern, für den er zwei nationale und zehn internationale Pokalspiele bestritt. 1993 ging er zum FC Bayern München, mit dem er 1994 und 1997 deutscher Meister wurde. 1997 wechselte Wittecek zu Borussia Mönchengladbach, mit dem Verein stieg er 1999 in die 2. Bundesliga ab und 2001 wieder auf. Nach zwei weiteren Spielzeiten wechselte er Verein und Spielklasse. Für die SG Wattenscheid 09 war er zunächst in der Regionalliga Nord und eine Saison in der Oberliga Westfalen aktiv. Seine Fußballerkarriere ließ er nach Abschluss der Saison 2006-07 in Baden-Württemberg beim Landesligisten FC 07 Albstadt ausklingen. Insgesamt bestritt Wittecek 410 Bundesliga, 64 Zweitliga und 29 Regionalligaspiele sowie 23 nationale und 32 internationale Pokalspiele. Wittecek spielte in seiner Jugend in der Schüler-Nationalmannschaft als Stürmer. Mit der U-17-Mannschaft wurde er 1985 und mit der U-20-Mannschaft 1987 jeweils Zweiter der Weltmeisterschaft. Dazu wurde er bei beiden Turnieren Torschützenkönig. Für die U-21-Nationalmannschaft wurde er neunmal berufen. Sein Debüt gab er am 26. April 1988 in Kreuzlingen beim 8-0-Sieg gegen die Schweizer Auswahl, zu dem er zwei Tore zum 1-0 und 4-0 beisteute. Sein letztes Spiel für diese Auswahlmannschaft bestritt er im Viertelfinal-Hinspiel der U-21-Europameisterschaft am 14. März 1990 in Simferopol beim 1-zu-1 gegen die Sowjetunion. Erfolge Deutscher A-Juniorenmeister 1987 Sonstiges Wittecek spielt seit 2006 in der Betriebssportgemeinschaft AOK Rheinland-Hamburg, deren Ziel es ist, über den Sportkontakt zu Partnerunternehmen aufzubauen und zu pflegen. Für die Betriebssportgemeinschaft absolvierte Wittecek bislang 45 Spiele und erzielte 38 Tore und wurde in den Jahren 2006, 2008, 2009 und 2010 AOK Bundespokalsieger. Des Weiteren gewann er 2006 und 2008 den AOK Krankenhauscup. Wittecek ist seit einigen Jahren auch als Triathlet aktiv. Nach seiner Fußballkarriere lief er seinen ersten Marathon. Derzeit organisiert er gemeinsam mit Michael Klinkert im Auftrag des AOK Bildungszentrumsturniere, Trainingseinheiten und Lehrgänge für Kinder und Jugendliche. Privates Wittecek lebt in Krefeld.